Der ist drinnen, der ist tatsächlich drinnen, Teigl, zimmert den unter die Querlatte. Allerdings warten sie ja mit einem Spiel weniger. Keuter, das ist es. Zvierschieds zu weit weg und Keuter mit seinem 13. Saisontreffer. 1 zu 1. Diesmal hat er eiskalt zugeschickt. Großartig, was er bisher gehalten hat. 1 zu 1. Erlson. Au, der ist drinnen. Zvierschieds lässt den Abschluss zu. Und Erlson nutzt Zvierschieds sogar als Abdeckung, sodass Penst den Ball sehr, sehr spät zieht. Wow, Penst! Oh, schade! Es hat nicht gereicht. Und so darf sich Susic noch einmal freuen über einen Treffer. Zuerst noch großartig, wie er da dazwischen gegangen ist, Penst. Das... ...dont... ...dont... ...nach... ...dont... ...dont... Untertitelung des ZDF, 2020